Eine gigantische Meldung ist soeben geplatzt. Vor wenigen Wochen habe ich auf die Spec, also die Special Acquisition Companies von Jamav vorgestellt und hingewiesen und habe auch selbst investiert. Heute explodiert einer dieser Specs nach einer Top-Meldung und musste aufgrund eines massiven Anstieges ausgesetzt werden. In diesem Video erkläre ich dir, was genau passiert ist und wie es mit der Aktie weitergeht und wie du beim nächsten Mal ebenfalls dabei sein kannst. Los geht's! Was ist genau passiert? Kurz vor 17 Uhr deutscher Zeit ist der Kurs von IPOE um 30% gestiegen. Der Handel musste kurz darauf aufgrund von Unternehmensneuigkeiten und starker Volatilität erstmal ausgesetzt werden. Gerüchten zufolge sollte der Specs mit Sophie, einem US-Fintech-Unternehmen, fusionieren. Und wenn dir Specs nichts sagt, dann schau dir bitte dieses Video, was ich dir jetzt oben rechts einblende, erstmal an. Kurz nach dieser Kurs-Explosion bestätigte dann Jamav tatsächlich diese Meldung dann auch auf Twitter. IPOE is merging with Sophie to take them public. This is an incredible company in banking and fintech that has the potential for a winner to take the most outcome. Und dann hat er entsprechend noch ein One-Pager beigelegt. Ein One-Pager, da beschreibt dann Jamav entsprechend immer seine Investment-Theorie zu den entsprechenden Unternehmen, mit denen er fusioniert. Und das schauen wir uns jetzt auch direkt mal an, denn Sophie ist ein unglaublich starkes Unternehmen und wirklich, wirklich top. Ich habe das ihm übrigens auch schon vor der Fusion mir kurioserweise angeschaut gehabt, weil Jamav noch davor ein paar Hinweise gegeben hat. Die schauen wir uns nachher auch nochmal kurz an. Aber Sophie ist auf jeden Fall ein richtig starkes Unternehmen. Und wir gehen jetzt auch direkt in den One-Pager von Jamav rein. In den ersten Seiten beschreibt Jamav so ein bisschen die aktuelle Situation auf dem Finanzmarkt. Hier beschreibt er dann beispielsweise, dass der Finanzbank und die Banken, die aktuell aktiv sind im Finanzmarkt, Technologie einsetzen, die 50, 70 Jahre alt ist. Und das Wachstum auch für diese ganzen alten Banken zum Problem wurde, aufgrund von höherer und schwieriger Richtlinien, die einzuhalten waren. Und kurzfristig ist dann halt auch immer das Problem gewesen, dass die Banken einfach immer auf die Ergebnissicht wieder von Quartal zu Quartal geschaut haben. Und weniger auf die Kundenzufriedenheit, die dann eben auch für die Aktionäre und von Banken dann im Endeffekt für dieses Jahrzehnt katastrophal endeten. Weiter im Text heißt es dann auch, Innovation is emerging rapidly to disrupt with legacy banking practices. Das Banken- und Finanzsystem ist im Endeffekt auch eine weitere Branche wie die Automobilbranche und wie die Energiebranche, die aufgrund jetzt von neuen Startups oder von neuen Unternehmen die disruptive Technologie mitbringen und an sich auch disruptiv aufgestellt sind, einfach komplett neu aufgestellt wird. Und die Finanzbranche wird eben aktuell ebenfalls neu aufgestellt mit einem Square. Ja, es gibt in einigen Jahren wird es die Banken, wie wir sie heute kennen, einfach nicht mehr geben und dafür wird unter anderem Square verantwortlich sein und wahrscheinlich wird eben auch Sophie eine ganz wichtige Rolle hier mit drin spielen. Und ganz unten beschreibt man dann eben auch, wie die Disruption aussieht, sehr geringe und keine Kosten, faire und transparente Angebote und alles eben unter einem Dach im Finanzbereich. Das heißt, ein Kunde will eben sein Depot, seine Versicherung, seine Kredite möglichst unter einem Dach, aber eben transparent und kostengünstig. Und das ist ja auch absolut richtig. Stellt euch mal zum Beispiel Trade Republic vor, ja, ist super, aber wenn die jetzt auch auf einmal noch neben dem kostengünstigen Depot jetzt auch noch ein Girokonto anbieten würden, eine Kreditkarte, Versicherung und alles mögliche noch dazu, wie ein Kreditgeschäft, dann würden die ja auch nochmal enorm wachsen und ihre Kunden binden. Und genau das hat eben auch Sophie in den USA vor. Oder macht es jetzt auch schon. Und das habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, aber Sophie steht im Übrigen für Social Finance. So heißt das Unternehmen dann auch entsprechend. Wir schauen uns jetzt auch an, wie zu dieser Theorie jetzt auch Sophie dann praktisch mit reinkommt und wie Sophie aufgestellt ist. Und hier lese ich einfach mal erstmal den Text. Der ist hier ein bisschen kürzer. Sophie has built a suit of best-in-class digital solutions to help consumers get their money right. More than 56k ratings in the App Store average of 4.8 stars. Also man hat eine sehr, sehr starke Kundenzufriedenheit. Die spiegelt sich dann auch im Übrigen im Kundenwachstum wieder. Weiter unten heißt es dann, dass man aktuell 1,8 Millionen Kunden hat im Jahr 2020. Und man erwartet bis Ende 2021 3 Millionen Kunden gewinnen zu können. Sophie offers a full suit of lending products and financial services to consumers which has driven increasing adoption and sequential QOQ, also Quartal zu Quartal, grow over the past 6 quarters. Also im Endeffekt hat Sophie jetzt ganz, ganz viel Finanzangebote. Man hat mit dem Kreditgeschäft angefangen gehabt, damals vor allem für Studenten Kredite auszugeben. Und in den USA ist es ja nochmal eine ganz andere Thematik. Wenn man dort einen Uniabschluss haben will, dann hat man danach erstmal hunderte, tausende von Dollarn an Studentenschulden. Das heißt, dort ist das Thema Studenten Kredite nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und nochmal vom Volumen her deutlich größer. Und hier hat man mit Sophie angefangen gehabt, hat sich aber mittlerweile ganz arg in auch andere Bereiche ausgebreitet. Also man finanziert jetzt nicht nur Studenten Kredite, sondern dann auch Privatkredite oder auch Immobilien Kredite. Man ist aber nicht nur im Kreditgeschäft an sich tätig, sondern weitet das Ganze auch aus. Im Investmentgeschäft, also man kann jetzt über Sophie dann auch sein Depot führen, ETFs kaufen. Man kann in Bitcoin investieren, man kann eine Sophie Kreditkarte haben. Und hier soll wirklich auch bei Sophie alles am Endeffekt unter einem Dach finanztechnisch stehen. Zudem will man eben ganz stark in der Kundenzufriedenheit sein und eben möglichst transparent. Und das macht eben Sophie zu so einem richtig starken Fintech-Unternehmen. Und jetzt kommt's, denn das ist ja auch noch nicht mal alles, denn Sophie ist nicht nur ein Fintech-Starter, wo Kunden anzieht und Kunden Top-Produkte anbietet. Sophie hat erst vor kurzer Zeit auch noch Galileo gekauft und Galileo ist ein richtig starkes Produkt, denn im Endeffekt ist Galileo eine Art Amazon Web Services für Fintech-Unternehmen. Es unterstützt praktisch Fintech-Unternehmen in dem Bereich, ihre Transaktionen und ihre Prozesse entsprechend auf dieser Plattform auch abzubilden. Und man hat hier auch richtig starke Kunden. Ja, beispielsweise man sieht ganz bekannt in den USA Robinhood. Ja, man, das ganze letzte Jahr, das ganze Jahr 2020 wird wahrscheinlich in die Geschichte des Jahres eingehen als Robinhood-Trader, ja. Aber es ist entsprechend so, dass Robinhood ganz, ganz stark ist und eben auch diese Plattformen hier nutzt. Und Robinhood sind nicht die einzigen, sondern man hat hier wirklich eine Plattform gebaut, auf die dann entsprechend Fintech-Unternehmen sich oben draufsetzen können und das Ganze nutzen. Und es ist eben so, dass diese Plattform, die Galileo-Plattform im Jahr 2020, dafür verantwortlich war, dass die meisten neuen Bankkonten eben über diese Plattform neu aufgebracht wurden. Deswegen ist allwahrscheinlich ist allein das Galileo-Netzwerk und die Galileo-Infrastruktur schon mindestens die Hälfte von dem Wert, was aktuell so viel an Marktkapitalisierung hat, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt kommen wir auch zu den Finanzkennzahlen. In dem OnePager sind dann auch noch die Finanzkennzahlen, die schauen wir uns jetzt auch entsprechend nochmal an. CAC, was ihr hier lesen könnt, bedeutet Customer Acquisition Costs und heißt dann im Endeffekt, wie viel muss eine Bank oder ein Fintech-Unternehmen ausgeben, um einen neuen Kunden zu erwerben. Und hier ist es so, dass Sophie ein sehr, sehr geringes CAC, also Customer Acquisition Cost Level hat. Das heißt, man zahlt wirklich sehr, sehr wenig für seine Kundschaft, weil diese im Endeffekt schon fast freiwillig zu Sophie kommen. Und zudem ist es so, man senkt dieses natürlich weiter ab, weil man die Kunden, wenn die Kunden sehr, sehr zufrieden bei einem sind, dann kann man immer weiter und immer mehr Produkte an diese verkaufen. Wer beispielsweise als Student mit seinem Studentenkredit bei Sophie aufschlägt und erstmal zufrieden ist, der wird dann später auch Immobilien- und Privatkredite entsprechend abschließen. Dann sieht man zum Beispiel hier, 65% der Immobilienkäufer waren davor schon bei Sophie Kunden. Also wahrscheinlich waren das entsprechend wirklich mal Studenten, weil man damit angefangen hat. Und bei den anderen Produkten sieht es entsprechend ähnlich aus. Das heißt, Sophie zieht seine Kunden an, stellt ihnen ein wirklich transparentes und bestmögliches Angebot dar und kann nun diese Kunden nicht nur halten, sondern diesen Kunden auch nochmal neuere Produkte anbieten. Das ist vor allem auch interessant, wenn man bedenkt, wenn Sophie natürlich noch in andere Geschäftsbereiche reinwachsen wird. Ja, man hat beispielsweise noch kein Versicherungsgeschäft. Da wird man diese Kunden entsprechend auch wieder weiter mit weiteren Produkten ausstatten können. Die Umsätze waren im Jahr 2020 bei 621 Millionen und sollen über die nächsten fünf Jahre im Schnitt um 40% wachsen. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr gutes Wachstum. Zudem ist es so, wenn man sich jetzt die Profitabilität anschaut, das soll Sophie bereits in diesem Jahr, also im Jahr 2021, profitabel werden. Zumindest auf der EBITDA-Kennzahlenlinie. EBITDA ist jetzt noch nicht immer die Nettomarge, aber immerhin schon operativ, wenn man praktisch die Abschreibungen, Investitionen und Steuern rausrechnet. Auf jeden Fall schon ein sehr guter Punkt. Und die Marge soll entsprechend auch schon relativ hoch sein. Und bei Banken und Fintech-Unternehmen ist es nun mal auch so, desto mehr man skalieren kann, desto höher werden dann auch die Margen ausfallen. Das heißt, im Endeffekt wird hier wahrscheinlich auch noch das Geschäft, desto stärker man wächst, eben auch deutlich noch profitabler werden. Und wenn man sich die Bewertung anschaut aktuell, dann ist es wirklich, finde ich, eine sehr, sehr starke Bewertung, wenn man sich anschaut, dass Sophie vor dieser Ankündigung 6,58 an Marktkapitalisierung hatte und jetzt nur in Anführungszeichen 8,65, bezogen aber auf die 10 US-Dollar, also den Wert vom SPAC, dann ist es relativ günstig, wenn man sich vor allem anschaut, man hat 6,7 Kursumsatzverhältnisse im Jahr 2021, wo erwartet wird. Und wenn man sich dann auch noch mal ein bisschen in die Zukunft blickt, dann sind es Kennzahlen, die sind wirklich niedrig. 1,8 Kursumsatzverhältnisse bis zum Jahr 2025 und ein KGV von 14 bis zum Jahr 2025. Wir haben so stark wachsendes Unternehmen, ist es sehr gering, weil man sieht dann hier auch Bank Charter, das bedeutet dann im Endeffekt eine Banklizenz. Sollte Sophie wirklich dieses Wachstum weiter beibehalten, dann ist diese Marktkapitalisierung, was wir aktuell sehen, deutlich zu niedrig. Deswegen sehen wir auch im Übrigen so eine ganz starke Kurs-Explosion, eben sofort, wenn das SPAC dann mit fusioniert. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja auch so, dass Sophie wirklich schon ein richtig, richtig guter Deal ist. Bei einer Marktbewertung von 8,65 Milliarden US-Dollar und wenn das Wachstum wirklich weiterhin so anhält, dann denke ich, wird das Ganze in einigen Jahren ein Vielfaches von dem sein, was wir heute als Marktkapitalisierung sehen. Die Frage ist jetzt, lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Nun, ab jetzt ist es keine Spekulation mehr, sondern im Grunde schon Gewissheit. Zwar müssen jetzt noch einige Leute der Fusion zustimmen, aber wenn alles klappen sollte, sehe ich hier Minimum 20 US-Dollar. Wenn man also unter 20 US-Dollar reinkommt, ist das Unternehmen ein guter Deal. Das ist aber natürlich keine Empfehlung, sondern nur eine Meinung. Informiere dich über Sophie also unbedingt noch selbst, bevor du eine Kaufentscheidung triffst. Ich werde IPOE, also Sophie, jetzt trotz dieses Anstieges nicht verkaufen, weil ich hier, wie gesagt, noch sehr, sehr viel Luft nach oben sehe. Ihr wisst ja bereits, dass ich Square auf meiner Watchliste hatte. Mit Sophie komme ich zumindest in gewisser Weise ein Square in kleiner Form heran und sehe hier auch nochmal enormes Wachstumspotenzial. Daher bleibt es auch in meinem Depot. Zukünftig wird es diese ganzen großen Banken, JP Morgan und wie sie alle heißen, in dieser Form nicht mehr geben. Sie werden sich verändern müssen und es werden eine Reihe dieser alten Banken sterben, komplett sterben, die werden wegfusioniert werden und dafür werden ganz viele neue Startups und Fintech-Unternehmen eine Rolle spielen und ich denke auch, dass in einigen Jahren Sophie mit in diese Kategorie gehören wird, wo dann entsprechend ganz, ganz stark in den USA sind. Ich habe vorhin ja auch noch kurz einen Hinweis gegeben gehabt, wieso ich mich davor schon mit Sophie beschäftigt hatte. Im Endeffekt lag das an einem Twitter-Post von Jamal im Jahr 2020, das war noch am 15. Dezember. Da schrieb er, Also im Endeffekt hat er gesagt, dass ich ein Programm auflegen will, um Studentenkredite massiv zu verändern, also für Disruption zu sorgen und wenn man sich dann erstmal in den USA umschaut und denkt, okay, was hat Jamal davor und sich dann entsprechend auch die Studentenkredite anschaut und wer die größten Ausgeber und die neuesten Ausgeber, die neuen Fintechs sind in diesem Bereich, dann stellt man eigentlich fest, dass Sophie ganz, ganz große Rolle spielt und deswegen habe ich mich davor schon ein bisschen mit Sophie beschäftigt gehabt und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wirklich Sophie mit IPOE fusioniert, weil es ein wirklich heiß begehrtes Unternehmen ist, wenn man sich so ein bisschen reinliest, gab es einige Specs, die versucht haben, wirklich Sophie wahrscheinlich public, also öffentlich zu bringen und dass hier Jamal den Zuschlag bekommen hat, finde ich wirklich sehr, sehr stark und spiegelt im Endeffekt auch wirklich meine Investmenttheorie in die Specs von ihm wieder, dass Jamal eben die Unternehmen raussucht mit hoher Disruption auf dem Markt, die entsprechend auch ich in meinem Portfolio haben will, in meinem Depot, deswegen wird auch IPOF, der andere Spec, den ich noch von Jamal habe, im Depot ebenfalls bleiben. Jetzt kommt auch noch die Frage, wie kannst du jetzt beim nächsten Mal dabei sein? Zunächst, schau dir definitiv erst das letzte Jamal Video von mir an und wenn du danach denkst, dass das was für dich wäre, hast du folgende Möglichkeiten. Wenn du in Specs investieren willst, die noch keinen Partner gefunden haben, dann ist das IPOD und IPOF. Beide sind aber bereits jetzt deutlich gestiegen nach der heutigen Meldung und sind nun definitiv nicht mehr günstig. Alternativ kann man aber auch warten, bis Jamal seine weiteren Specs auflegt. Vermutlich dürften wir demnächst etwas von IPOG beispielsweise hören und diesen kann man dann vielleicht um, wenn man dann auch vielleicht Glück hat, um 11 US-Dollar bekommen. Vielleicht müsste man dann auch schon ein bisschen mehr zahlen und es wird dann nicht unter 12 zu bekommen sein. Wichtig ist dann, dass man eben entsprechend kurz nach der Ausgabe zugreift. Und während ich das Video hier aufzeichne, ist IPOE übrigens wieder zum Handel freigegeben worden und liegt jetzt über 20 US-Dollar. Sollte es wirklich nochmal sinken unter 20 US-Dollar, wäre es meiner Ansicht nach immer noch ein richtig guter Deal und bei diesen 20 US-Dollar musste jetzt übrigens der Handel wieder ausgesetzt werden. Dieses Video nur für euch als kurzes Update. Ich werde sicherlich noch mehr Videos zu Sophie drehen und euch auf den Laufenden halten zu IPOF. Das ist dann der andere Speck, den wir noch im Community Depot haben. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.